...ehrer Dialog. Man guckt sich in die Augen, man versucht anhand der Blicke oder auch anhand der Körperbewegungen herauszufinden, was der andere jetzt gerade vorhat. Ich versuche jetzt mal einen Zeitpunkt zu machen. Oder so. Und ich fange einfach mal an, mit der ersten Angriffsbewegung. Das ist hier der Grundschritt, den wir immer durchgehen. Ich gehe mir heute jetzt schon mal die Herzeangriffsbewegung. Ich merke dann halt. Wenn du dich zur Seite, wenn er sich zur Seite beugt, merke ich halt schon, dass er den linken Fuß, oder den rechten Fuß nimmt zum Treten. Ich mache dann aus, weil ich bewegte nach rechts.